Ja, hallo zusammen. Ich bin mal wieder hier in den Wäldern Arnsberger Wald unterwegs und habe mich spontan entschieden, heute mal diese Seite zu befahren. Und was hat man Wald gesperrt wegen Treibjagd? Warum stehen solche Schilder erst immer mitten im Wald? Warum nicht einfach mal am Anfang, liebe Jäger? Dass ihr hier eure Arbeit machen müsst und wollt, ist mir durchaus bewusst. Habe ich im Grunde auch kein Problem mit. Aber das kann man auch schon vorher ankündigen. Macht's gut, euer Markus.